Joa meine Freunde, was geht ab und herzlichst Willkommen. Ich darf euch begrüßen zu einer weiteren Geschichtsstunde. Es gibt noch viele Themen, große Themen, gerade riesige Storys, so um Shurima, Bilgewasser und auch den Schatteninseln rum, mit denen wir uns eigentlich noch beschäftigen müssen. Ich habe mir aber gedacht, bevor wir uns diesen riesigen Giganten, also es sind wirklich Seiten, weil es sind wirklich riesige, große Seiten mit Text, ja, der Horror eines jeden Bildlesers. Und bevor wir uns damit beschäftigen, habe ich mir gedacht, bauen wir erst einmal ein wenig Grundwissen auf und gehen hier vielleicht noch da und hier ein paar Sachen durch. Und zwar fangen wir heute an mit der Lehre oder auch The Void. Die Lehre. Die Lehre ist ein Ort zwischen Dimensionen und Welten. Man kann die Lehre nicht einfach so betreten und verlassen. Sie ist eine Art Parallelwelt und dementsprechend auch nicht auf der Landkarte zu finden. Es gibt einen Ort zwischen den Dimensionen, zwischen den Welten. Einige nennen ihn die Außenwelt, andere nur das Unbekannte. Die meisten jedoch nennen ihn die Lehre. Trotz ihres Namens ist die Lehre kein verlassener Ort, sondern vielmehr Heimat unaussprechlicher Dinge, für Menschen nicht zu ertragener Horror. Auch wenn das Wissen darüber in der modernen Zeit verloren gegangen ist, gibt es einige, die durch Zufall herausgefunden haben, was auf der anderen Seite ist und die sich nie wieder abwenden konnten. Kreaturen, die der Lehre entsprangen, die Lehre durchquert und nach Runeterra gefunden haben, werden als Lehrengeborene bezeichnet. Einige dieser Lehrenwesen kennen wir, denn sie sind Champions in der Liga der Legenden. Alle fünf Kreaturen, deren Ursprung in der Lehre liegt, scheinen einen Hunger zu haben, den sie stillen müssen. Jeder Lehrengeborene trägt außerdem einen Apostroph im Namen, welcher der alten Sprache der Shurima entspringt. Da haben wir zu einem Shogart. Ihm dürstet es nach Schrecken und Chaos. Weiter geht es mit Kasiks. Ihm geht es nach biologischer Perfektion. Nummer drei ist Kogmar. Er ist ein Vielfraß und einfach immer hungrig. Erinnert mich so ein bisschen an mich, um ehrlich zu sein. Nummer vier. Rexhal. Rexhal ist auf endloser Jagd nach Beute. Und abschließend Nummer fünf. Velkos. Ihm dürstet es nach Wissen. Einige Lehrengeborene scheinen über hohe Intelligenz zu verfügen. Wie zum Beispiel Velkos oder Kasiks. Im Gegensatz dazu stehen zum Beispiel Kogmar, der sich eher primitiv verhält, was vielleicht auch daran liegen könnte, dass er erst ein Kind ist, oder auch Rexhal, die eher wie ein wildes Tier erscheint. Unter den Lehrengeborenen gibt es eine gewisse Hierarchie. Rexhal zum Beispiel ist die Königin ihrer Spezies, den sogenannten Xersai, und wird von anderen Lehrengeborenen gefürchtet. Die Xersai. Die Xersai sind eine Spezies, deren Ursprung die Lehre ist. Gleichzeitig sind sie die erste bekannte Gruppierung dieser. Einzig bekannter Champion der Art ist Rexhal, die Lehrenwühlerin. Aufgrund ihrer Größe und Stärke wird Rexhal als die Königin der Xersai bezeichnet. Ein durchschnittlicher Xersai ist nicht annähernd so groß und mächtig wie sie, was allerdings nicht bedeutet, dass er nicht auch tödlich sein kann. Dass Rexhal, die als die Spitze ihrer Spezies gilt, von Jagdinstinkten geleitet wird, liegt nahe, dass auch ihre Artgenossen eher wilden Tieren als Menschen ähneln, auch wenn bisher keine weiteren Exemplare bekannt sind. Als Shurima noch keine vergessene Legende war, lebten in den großen Wüsten unter allen gefährlichen Kreaturen auch die Spezies Xersai. Kreaturen, die unter dem Sand jagten und an die Oberfläche kamen, um oft ganze Karawanen zu verschlingen. Hauptsächlich lebten diese in der Sai, einer Wüstenebene ohne Erhebung mit vielen Felsformationen. Rek'Sai überdauerte den Fall Shurimas und machte auch in Zeiten der Liga der Legende die Wüstengebiete zu tödlichen Terrain. Näheres zu Rek'Sai werden wir dann allerdings im Shurima-Kapitel beschreiben. Begleiter der Lehre Es existiert auch eine niedere Art von Lernkreaturen, die für bestimmte Zeit auf die Schlachtfelder Rundterrass gerufen werden können. Zum einen haben wir die Begleiter der Lehre, die Voidlinge, die von Malzau beschwört werden. Und zum anderen die Begleiter der Lehre, die vom ZZ-Rod-Portal generiert werden. Im Gegensatz zu den Lerngeborenen Champions, deren Statur und Aussehen unterschiedlich ausfallen, sind die Begleiter der Lehre immer vielfüßler mit Insektartiger Erscheinung. Velkos ist ebenfalls eher hochgestellt. Er ist sogar berechtigt, andere Lerngeborene zu exekutieren, sollte er es für nötig halten. Velkos Ich trete in das blendende Licht. Meine Augen passen sich an und bewerten die Landschaft vor mir. Da tippelt etwas. Ich sehe auf eine kleine weiße Kreatur herab, die auf ihren Hinterbeinen steht und an meinem Körper schnüffelt. Sie fasziniert mich. Wozu bist du gut? Ich analysiere die Kreatur. Ein Blitz aus heißem, magentafarbenem Licht. Ein Staubhaufen. Säuger Nachtaktiv Beeindruckendes Hörvermögen Unglaublich schwach Trotzdem vermehren sie sich so üppig. Hm, hoffentlich wird es hier noch komplexere Dinge zu erforschen geben. Diese faszinieren mich. Verbrauchen und Lernen Das ist mein Ziel. Die anderen, die mit mir reisen, sind primitiv. Töten und Fressen Töten und Fressen Ich muss alle verfügbaren Informationen sammeln. Alle wertvollen Ressourcen ernten. Schließlich kommen wir in eine Stadt, die zerstört ist. Bis auf einen unberührten Turm. Ich zersetze den Aufbau der Ruinen. Meine Analysen ergeben, dass dieses Habitat ein Ort großer Magie war. Überall liegen geheimnisvolle Gerätschaften herum. Ich untersuche eine. Ein weiterer Blitz heißen magentafarbenen Lichts. Ein weiterer Staubhaufen. Dem Zustand des Turms nachzuurteilen, hat der Besitzer ihn erst vor kurzem verlassen. Die zurückgelassenen Artefakte haben an mehr als einem Ort und zu mehr als einer Zeit existiert. Einige sind komplexer als andere. Ich brauche dieses Wissen. Als ich den Turm verlasse, bemerke ich, dass die anderen auf den Eingang zukommen. Bereit ihn zu zerstören, wie sie auch alles andere zerstört haben, auf das sie stießen. Sie werden meinem Ziel nur im Wege stehen. Es gibt ein paar Dinge, welche die Leere nicht wahllos verschlingen sollte. Ohne Vorwarnung lasse ich einen Tentakel hervorschnellen, dessen Spitze vor Hitze weiß glüht. Blitze zucken durch die erste Kreatur und schlagen sie zurück. Ihre Schreie verstummen. Als ich alle drei Gliedmaßen ausfahre, Energie knistert von einem zum anderen, verbrennt die Luft dort, wo die Ströme sich treffen. Die anderen beiden rennen. Sie wissen, was sie erwartet. Müssen sie immer fliehen? Ich öffne mein Auge ganz weit, entfessele einen Energiestrahl, der die flüchtenden Kreaturen folgt. Sofort zerfallen sie zu Asche. Hm. Der Schmelzpunkt von leeren Wesen ist nicht konsistent. Doch dies hat keine Konsequenzen. Der Hunger in mir wächst an. Ich bin ausgehungert. Unersättlich wie nie zuvor. Ich habe einen flüchtigen Blick auf das ultimative Wissen erhascht. Und ich werde es erlangen. Ikatia. Ikatia ist der Name einer verlorenen Stadt in der südlichen Hälfte Valorans. Die meisten Leute halten Ikatia für eine Legende. Jene, die glauben, dass es einst existierte, sind sich sicher, dass der Sand längst alles begraben hat, was davon übrig geblieben sein mochte. Anhänger dieser Theorie sind sich auch einig, dass die verlorene Stadt irgendwo in der südlichen Hälfte Valorans gelegen haben soll. Viele Indecker sind ausgezogen, um Ikatia zu suchen. Aber das einzige, was all ihre Berichte gemeinsam haben, ist, dass das südliche Gebiet jenseits der großen Barriere unheilvoll, bösartig und gespenstisch ist. Es gibt jedoch noch zwei lebende Personen, die schon einmal in Ikatia gewesen sein sollen und deren Aussagen über diese Stadt nicht bloß das Produkt von Hirngespenzern sind. Einer von ihnen ist Kasadin, der Lehrengänger. Kasadin, ein Mensch, der dazu gezwungen war, ins Angesicht der Lehre zu blicken und dadurch für immer verändert wurde. Er war einzelne Forscher, auf der Suche nach verbotenem Wissen und hat herausgefunden, dass das, was er eigentlich suchte, etwas ganz anderes war. Er ist einer der wenigen, die ihren Weg in das vergessene Ikatia gefunden haben und überlebten. Inmitten einer verfallenen riesigen Stadt enthüllte Kasadin Geheimnisse, die er nie verraten wird. Geheimnisse, die ihn verfolgt erzittern ließen, angesichts der Dinge, die da kommen werden und ihm offenbart wurden. Die Macht des Ortes drohte ihn für immer zu verzehren, doch Kasadin wählte den einzigen Weg, der ihm möglich war, um zu überleben. Er ließ die Lehre in sich eindringen. Rätselhafterweise konnte er die fremden Triebe, die mit der Lehre einhergingen, überwinden und gingen daraus als etwas Übermenschliches hervor. Obwohl ein Teil von ihm an diesem Tag starb, weiß er, dass er Valorant vor den Dingen stützen muss, die an der Tür kratzen und nur darauf warten, hineinzugelangen und Qualen über die Welt zu bringen. Sie sind nur noch einen Schritt entfernt. Das bezeugt das Erscheinen der als Shogart bekannten Abscheulichkeit. Shogart Shogart ist eine Kreatur, die in der Lehre geboren wurde und dessen wahre Natur so schrecklich ist, dass die meisten nicht einmal seinen Namen aussprechen. Deswegen nenne ich ihn auch Nugart. Seine Gefährten haben die Dimensionsgrenzen nach einer Lücke abgesucht, um einen Weg nach Runterra zu finden, um ihr eigenes Paradies des Horrors über die Welt zu bringen. Man nennt sie die Kinder der Lehre. Kreaturen, die so uralt und entsetzlich sind, dass sie gänzlich aus den Geschichtsbüchern gestrichen wurden. Es ist eine fremde Kreatur voller Bosheit und Gewalt. Etwas, das alle außer die Tapfersten vor Angst erschaudern lässt. Noch schlimmer ist allerdings, dass die Kreatur intelligent ist, wenn nicht sogar sehr intelligent, abgesehen von den Shogarts und meinem Team, die mit Level 3, Double Buff, Towerdiven und sterben. Weshalb sich die meisten fragen, wie ein solches Monster in Schach gehalten werden kann. Noch heute geht etwas Dunkles in Ikatia vor. Etwas, das die Beschwörungsrituale der Liga verändert und Shogart so seine Anwesenheit ermöglicht. Die andere menschliche Person, die Ikatia fand. Malzahar. Malzahar wurde als Seher geboren, das Geschenk der Prophetie war ihm in die Wege gelegt. Sein Talent, wenn auch noch ungeschliffen, versprach einer der größten Segen für Runterra zu werden, doch ihm war ein anderer Pfad bestimmt. In seinen Träumen, in denen der Schleier, der die Welt trennt, am dünnsten ist, lockte ihn etwas Unheilvolles. Eine Zeit lang konnte Malzahar dem fortwährenden Drängen widerstehen. Doch mit jeder Nacht, die verging, wurde die Stimme lauter oder ging vielleicht tiefer, bis er dem Ruf nicht länger standhalten konnte. Er wagte sich ohne Vorräte in die Wüste, angezogen durch die Verlockung eines trügerischen Zaubers. Sein Ziel, eine verlorene Zivilisation im Osten, im uralten Texten als Ikatia bekannt. Als Malzahars aufgerissene Füße ihm letztendlich den Dienst versagten, fand er sich vor dem Sockel eines Grotesz zerbröckelten Obelisken knierend wider. Dahinter zeichneten sich die fremdartig wirkenden Umriss einer zerstörten Stadt und riesigen Götzenbilder dunkler und schrecklicher Gottheiten ab. Seine Augen, die sehen, was andere nicht sehen konnten, nicht sehen sollten, füllten sich mit der Essenz der Leere. Seine einst so unsteten Visionen der Zukunft wurden durch das unabänderliche Versprechen ersetzt, Valorant werde der einst von den Kreaturen der Leere heimgesucht. Derzeit führt Malzahar Rituale mit seinen Gefolgsleuten durch, um Menschen der Leere zu opfern. Cassadin hingegen hat den unnachgebigen Wunsch, ihr Leben dem Verhindern des Untergangs, welchen sie sehen, zu widmen. Er bekämpft die Leere. Kogma. Bevor der Prophet Malzahar in Ikatia wiedergeboren wurde, hörte er eine unweltliche Stimme, die ihn dorthin führte und sich tief in seinem Bewusstsein verankerte. Diese Stimme näherte Malzahar mit schrecklichen Taten dran und auch wenn sie Malzahar selbst nicht mehr heimsuchte, so ging ihr lockender Ruf doch weiter. Etwas in der Leere hörte diesen Ruf wiederhallen und folgte ihm nach Runterra. Ein verdorbenes Wesen kroch über eine Schwelle, die es nicht verstand und weitete somit einen Riss zwischen Welten, die sich nicht hätten berühren sollen. In den gespenstischen Ruinen von Ikatia manifestierte es sich. Kogma. Als er aber die Sturmwindwüsten überquerte, traf er auf einen Stamm von Nomaden. Ungehindert verschlang Kogma jeden einzelnen von ihnen und aß alles, was sich ihm in den Weg stellte. Als diese Fresswalze der Zerstörung Malzahar erreichte, begrüßte Malzahar Kogma mit einem mal Appetitanregenden Vorschlag. Kostet das Beste, was Runterra im Angebot hat. Auf den Richtfeldern der Liga. Zuletzt hätten wir noch Kha'Zix und Rek'Sai. Zu Kha'Zix habe ich ja schon einiges gesagt im Kha'Zix vs. Rengar Video Event. Das heißt, wer sich das nochmal gerne reinziehen möchte, schaut euch einfach mal den Link in der Beschreibung an. Und Rek'Sai. Rek'Sai Story ist halt wie gesagt schon sehr, sehr Shurima behaftet und deswegen werden wir das Ganze auch mit Shurima verbinden. Es gibt ebenfalls zwei Champions, die einen Void Skin haben, obwohl sie nicht aus der Leere stammen. Da haben wir zum Beispiel einmal Void Fizz, diesen lilanen Hüpfkäfer da. Und Void Nocturne, der ist einfach nur Kacke. Zum Abschluss möchte ich euch mal wieder mit etwas Spekulationen führen. Wir haben Malzah. Malzah ist der, der verschiedene Rituale an Menschen durchführt, um die Leere zu stärken. Unter anderem hat er eine Frau geopfert an die Leere. Diese Frau wird gesagt, dass es Kha'Zix Tochter wäre. Und deshalb hat Kha'Zix auch ebenfalls versucht, dieses Ritual aufzuhalten. Ist dabei allerdings gescheitert und dementsprechend wurde diese Frau oder auch eben seine Tochter geopfert. Und in die Leere verschlungen. Bisher wurde dann immer gesagt, sobald ein neuer Champion herauskam, der irgendwas mit der Leere zu tun hat, dass es vielleicht Kha'Zix Tochter sein könnte. Doch meistens wurde es auf irgendeine Art widerlegt. Riot legt nicht sehr großen Wert auf das Geschlecht. Das heißt zum Beispiel auch bei Kogma wissen wir nicht zwingend, ob er jetzt männlich oder weiblich ist. Es gibt aber eine Kreatur, da legt der Riot wirklich sehr sehr großen Wert darauf, das Geschlecht wirklich hervorzuheben. Rek'Sai. Rek'Sai ist nämlich weiblich. Und Rek'Sai kommt aus der Leere. Das heißt, man könnte mit sehr sehr viel Spekulation jetzt davon ausgehen, dass die Tochter von Kha'Zix in die Leere gezogen wurde und so ihre Gestalt verändert hat und vielleicht zu Rek'Sai wurde. Sie ist ja auch auf irgendeine Art und Weise anders als die anderen Xersai. Sie ist nämlich größer, stärker und je Königin von ihnen. Ob das einfach so passiert ist oder ob sie doch vielleicht irgendwie verwandelt worden ist und dementsprechend so stark geworden ist. Wer weiß es. Was denkt ihr? Hat das irgendwas damit zu tun? Oder habe ich euch vielleicht hier nur ein schattiges Plätzchen aufgetischt? Ja, ansonsten das war die Geschichte der Leere. Das war natürlich dieses Mal nicht ganz so tief und informativ. Beziehungsweise, ja es gibt halt einige Geschichten, die sind halt wirklich sehr sehr gigantisch und einige, die sind ein bisschen weniger gigantisch. Ich werde das immer versuchen mal so ein bisschen abwechselnd zu machen und euch möglichst geschmackhaft zu präsentieren. Natürlich wird es mal so, mal so sein. Das heißt, die Geschichten sind natürlich unterschiedlich und sind interessant. Das heißt, die eine ist mal richtig geil, die andere ist mal vielleicht nicht ganz so interessant. Dennoch werden wir uns versuchen, da einfach mal möglichst durchzugraben. Und ich wünsche euch hiermit einen wunderschönen Abend. Haut rein, seht ihr zu, macht weiter. Tschüss, auf Wiedersehen und goodbye. Menschen, eure Spezies fasziniert mich. Auch du suchst nach Wissen. Der wichtigste Ressource von allen. So wie ich. Danke für deinen Beitrag.